Nach allem, was die Crews so erzählen, scheint es da draußen ja ziemlich verrückt zu sein. Pass gut auf dich auf. Wir brauchen noch ein bisschen Kohle, wir wollen uns das nächste Auto noch gönnen, und zwar den F-150 dann für den Bereich Offroad. Dazu brauchen wir aber unseren ersten Martin auf jeden Fall, der dann auf jeden Fall auf der Strecke. So, die Frage ist, mit welchem... Wo fahren wir denn hin? Was ist das hier? Ah, das ist ein Offroad-Rennen, okay. Dann fahren wir nämlich die zwei Rennen hier oben ab, und dann fahren wir uns das neue Auto holen. Ich denke, ich habe einen Plan. Wir müssen noch was Großes leisten für die Ligen. Ein Zeichen setzen und Mercer aufhalten. Dreht weiter. Wir fahren ein Rennen direkt durchs Lagerhaus, sorgen für Wirbel, damit uns die Medien folgen. Sie sehen Mercers zwielichtigen Scheiß, stellen ihn bloß, und wir sind Legenden. Ende der Geschichte. Klingt gut. Nur, wie kommt dieses Rennen zustande? Indem wir Aufmerksamkeit erregen. Rennen gewinnen. Und sein Nahmachen. Solange Unruh stiften, bis uns die Leak zuhört. Ich bin dabei. Hey, hier ist Dwayne. Falls du interessiert bist, hätte ich jetzt eine echte Herausforderung für dich. Ich glaube, die Strecke wird dir gefallen. Tja, dann gehen wir mal drauf und holen uns jetzt das erste Rennen, Leute. Streamliner. So, dann gehen wir mal Gas hier. Drei Runden. Das war eigentlich mit dem Autokar kein Problem, das Ding hier klar zu machen. Dafür sollte der Wagen gar nicht schnell genug sein. Scheiße, schon wieder tippen wir was. Da war ich ein bisschen zu früh rein. Ja, die holen wir trotzdem, die Jungs. Die holen wir uns trotzdem. So, die holen wir uns dann vorbei. So, die holen wir uns dann vorbei. So, die holen wir uns dann vorbei. Wir ziehen den aber auch schön weg, den Jungs. Ich mag dieses Auto mittlerweile echt gut. Ja, ich gerne. Und ne 2. Bist du wieder zu früh? Der gleiche Schädel. Die fahren alle jetzt schön über die, erst über die Ziellinie und wir sind schon mittlerweile ein Stückchen weiter. Fast ein Kilometer, immer ein Kilometer, jetzt wird der Vorsprung. Wenn die zwei hier hingefahren sind, holen wir uns den F-150 und dann machen wir den auch noch auf und dann haben wir das Thema erledigt. Letzte Runde. Ja. Vielen Dank. Ja. Wir sind noch nicht dabei um die zwei, doch da vorne sind die Ersten, wieso da vorne sind die Ersten. Der 6-4-0-0-0-0-0-0 Und das haben wir dann relativ problemlos geworden. So, das haben wir durch und dann ist hier noch ein Rennen offen und zwar das hier, was nur anfangs Meter weiter weg ist. So, die Kohle holen wir uns, wie gesagt, danach gehen wir zum Auto hin. So, das ist ein Rennen. So, und schon sind wir wieder vorne. Ja gut, der Wagen, der hat einfach eine dicke Power. Spätestens wenn dann irgendwann der neue Motorrad drin ist und man richtig Leistung. Ich weiß noch nicht, wie lange ich diesen Wagen hier fahre, ob ich ihn bis relativ am Ende fahre. Mal gucken. Mal gucken. So. Ach, die soll... Warte, jetzt kurz an die Strecke. So. 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 da vorne geht es schon mal schon gleich in die halbe rundungen sie alle mal ineinander wenn wir Glück haben kriegen wir sogar alle noch hintereinander letzte runde den einen ange ich mir auch noch da bin ich schon eine runde Forschung mittlerweile ok perfekt dann haben wir das auch erledigt 3 Minuten 21 das Thema war erledigt und das wie gesagt ah jetzt war eh Kinderkram das Event so gut dann haben wir 85.000 auf dem Konto das heißt wir fahren zum Autohändler und holen uns einen Offroad Wagen und ich guck mal was wir kriegen Level haben wir ja keinen bekommen Moment wir müssen gucken wo der Autohändler ist da oben ist auch noch drin das wäre natürlich auch noch mal ein bisschen dicke Cola wenn ich ehrlich bin na verdammt habe ich nicht die ne wir machen es trotzdem wir fahren es ruhig später danach so ähm die Frage ist welche haben wir schon gefahren ne sind ja viele Rennen mittlerweile die auch so dann gehen wir mal zum Autohändler ach ich vergesse was ich immer will wo der nächste Auto entlässt da ist er dann noch keine Rennen rufen auf jeden Fall wir müssen dann sowieso immer mal in die Nacht gehen weil wir ja wieder ein bisschen Rap brauchen weil mit Level 23 kommen wir jetzt nämlich weiter das dauert alles noch ein bisschen aber wie gesagt jetzt werde ich erstmal mein neues Auto holen ich werde im Thema obwohl ich könnte auch der fährt ach gut ich muss mal gucken was da oben drin ist ich überlege gerade ob ich den hier holen soll das sind alles Straßenfahrzeuge dann hole ich mir den von den 50 Punkten dann hole ich mir den von den 50 Punkten den theoretisch können wir auch den von Fokus her essen aber ich will 123 das ist aber auch für ein Rennen aber nur ne dann fangen wir den den nehmen wir den ja den werden wir dann holen und das ist unser nächster Offroadwagen so dann gehen wir in die Garage und bauen wir den jetzt nämlich auf beziehungsweise uns auf wenn das Thema aufhört wenn das Thema aufhört so äh da hin rein in die Garage in der nächsten Folge gehen wir mal wieder in die Nacht würde ich sagen da machen wir nämlich im Sinn ja will schon eine Beantwortung so äh so den einmal auswählen und tunen dann heißt es wir gehen rein erstmal ins Leistungstuning und dann ich spare jetzt ein bisschen ich baue jetzt gerade noch ein bisschen um so die doppelturbelade mal kurz einbauen rein mit dem ganzen Kram auf Holtreifen ist das das normale Differenzial rein so gut so dann machen wir das nämlich so ein brauche ein bisschen besseres Handling leider kann ich noch nicht viel machen was das Leistung betrifft also schliefern die kohle für führt aber ich weiß ich habe noch 500.000 500 dollar ich muss doch noch fahren das heißt wir werden auf jeden fall mit dem müssen den F-150 definitiv erstmal hinten anstellen das Tuning wir werden tatsächlich noch ein Rennen mit dem ersten Martin und dann ins Zweiter ins Tuning gehen na komm gut wir müssen also noch ein Rennen fahren sein Rennen gibt 30.000 jetzt geht die Garage wechsel wieder auf der Smart so mein Gott weißt du immer wenn ich denke ich habe die letzte Beule an dem Camaro beseitigt finde ich eine neue so gut wir müssen tagsüber raus warum der eigentlich jetzt gerade wieder auf den F-150 geht ich will ja mir eigentlich das ich wundere mich gerade jetzt weil ich wollte eigentlich erst Martin rausholen aus der Garage dann musst du mit dem Laden so wieder rein so wagen tausch jetzt ist es richtig jetzt haben wir nämlich den richtigen Wagen auch draußen was man hin und her eigentlich jetzt gerade aber gut egal gehen wir machen das mit dem Tuning in der nächsten Folge wir fahren jetzt noch ein Rennen um uns das Geld zu holen und dann fangen wir ein bisschen dann bauen wir den Wagen danach in der nächsten Folge einfach auf wir brauchen den jetzt nicht wir fahren noch ein bisschen wir fahren noch ein bisschen Kohle rein wenn ich ehrlich bin ich mach das aber wie gesagt in der nächsten Folge und dann gehen wir dann irgendwann mal an die Offroad-Rennen das dauert halt wie gesagt noch ein bisschen so ähm gut die haben wir ja gefahren das heißt da oben ist man auf jeden Fall oh da ist noch ein Kopf auf jeden Fall unterwegs ja bitte wie gesagt wir fahren jetzt noch nach die Rennen nochmal für die Autos dann bauen wir den nochmal drauf gut dann wird es auch nochmal Feierabend wir sind es in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Need for Speed Heat und dann geht es irgendwann weiter bis dann tschüss